Hey Leute und herzlich willkommen zurück zum maschinellen Lernen, heute mit dem K-Ban Algorithmus, dem Knowledge Based Neural Network Algorithmus. Ganz kurz, ich weiß wir hatten neuronale Netze noch nicht, braucht ihr auch im Prinzip noch nicht, aber für später ist das mal super vorgegriffen und es passt eigentlich besser in dieses Thema. Okay, ansonsten schaut euch einfach mal die neuronalen Netze Videos an, wenn sie so weit draußen sind oder ja, wahrscheinlich werden sie draußen sein, wenn ihr das Video seht, für manche wahrscheinlich noch nicht. Okay, fangen wir direkt mal an mit dem K-Ban Algorithmus und was man macht ist folgendes, es ist eigentlich relativ einfach, diese ganzen Theorien, die wir uns das letzte Mal angeguckt haben, die müssen alle richtig sein, das ist so ein bisschen ein Problem, wir können nicht immer hundertprozentig sicher sein, dass wir irgendwelche korrekten Annahmen treffen bei den Dingern, vor allem wenn sie irgendwie induktiv gelernt werden, diese Hypothesen, dann wird es schwierig. So, was man deswegen macht ist, man fördert ein neuronales Netz damit und wenn unsere Bereichstheorie richtig war, dann ist unser neuronales Netz schon ausgelernt, sobald wir es quasi erstellt haben, dann brauchen wir überhaupt nichts machen damit. Wenn es aber falsch ist, also wir irgendwie eine falsche Hypothese hatten oder sowas, dann wird hier bei dem neuronalen Netz noch ein bisschen in die richtige Richtung trainiert und wir kriegen bessere Ergebnisse raus. Okay, deswegen ist es ein hybrides Verfahren, das heißt wir mixen sozusagen induktiv und deduktiv, induktiv durch das neuronale Netz, deduktiv durch die Bereichstheorie, die wir hier uns das letzte Mal zusammengepackt haben. Und ja, diese Bereichstheorie, wie gesagt, die kann auch falsch sein und deswegen sage ich jetzt hier einfach mal Domain Theory aus den Hypothesen H. Also einfach mal irgendwelche Domain Theories erstellen und dann füttern wir das neuronale Netz damit. So, wie machen wir das jetzt? Kurze Einführung in neuronale Netze. Okay, wirklich eine sehr kurze Einführung. Neuronales Netz ist immer so, das ist ein Perzeptron, das ist ein Perzeptron im Prinzip und davon haben wir halt eine ganze Schicht und wir machen jetzt das Ganze so und am Ende kriegen wir hier ein Output raus. Das ist normalerweise die Hidden Schicht und die verbinden wir alle miteinander. Normalerweise verbindet man so oder so alle miteinander, das heißt die haben alle irgendwie eine Verbindung. So, jetzt nehmen wir am besten mal ein Beispiel, damit wir gleich wissen, wie das Ganze so auszusehen hat. Ich habe eins im Internet gefunden, das fand ich super gut, deswegen benutze ich das auch direkt mal weiter. Und zwar, wir machen es auf Deutsch, würde ich sagen, eine Tasse, die ist stabil und sie ist hebbar. Ich weiß nicht, die beste Übersetzung, aber ich glaube, das drückt am besten aus, was ich sagen möchte. Man lernt auch am besten irgendwelche Konzepte damit, also so Konzepte wie Stuhl oder vor allem DNA ist auch wichtig gewesen. Die werden eben mit diesem K-Band benutzt und da kann man dann auch sein eigenes Wissen noch ergänzen durch dieses neuronale Netz. Das ist ziemlich cool. So, wie ist denn jetzt stabil definiert? Stabil ist definiert durch flacher Boden und hebbar ist definiert durch leicht und Griff. Also man hat einen Griff, wo man sozusagen hochheben kann. So, und was wir jetzt machen ist, wir füttern das Ganze hier, diesen neuronalen Netz. Klar, normalerweise ist eure Domain Theory größer, aber was eben wichtig ist, ihr habt hier diese Unterteilung Tasse, besteht aus diesen zwei. Und diese zwei haben wieder Unterdinger, äh, hier steht falscher Boden, flacher Boden natürlich. Ähm, die zwei haben jeweils wieder Unterdinger, die auch nochmal unterteilt sein können und so weiter und so fort. Ähm, und was wir jetzt hier machen ist, das hier ist unsere Ausgabe Tasse. Das heißt, wenn ihr hier Output 1 kriegt oder True kriegt oder relativ nah Richtung 1, dann ist es vermutlich eine Tasse. So, ich habe hier übrigens den Strich vergessen, vergebt mir. Und das hier ist jetzt, sind eure beiden, ähm, Bereiche hier, nämlich einmal stabil und einmal flacher Boden. Äh, nein, nicht flacher Boden, sondern hebbar. Also die beiden, die hier stehen, das sind die in eurer Hiddenschicht. Und hier draußen haben wir alle anderen. Das heißt, das hier ist flacher Boden zum Beispiel. Ich schreibe einfach nur flach hin, damit man es auch lesen kann noch. Das hier wäre dann leicht. Und das letzte Neuron hier unten wäre Griff. So, und jetzt sehen wir schon, dass das hier eigentlich, ja, im Prinzip haben wir überall eine Verbindung dazwischen. Auch zwischen leicht und stabil, aber die werde ich euch gleich noch anders sagen. Was man jetzt macht, wenn man diese Bereichstheorie hier reinfüttert, oftmals weiß man bei einem neuronalen Netz nicht, wie man diese Gewichte legen soll. Und was wir jetzt hier machen, ist einfach die, die ich jetzt eingezeichnet habe, diese Gewichte, die setze ich sehr, sehr hoch. Okay? Und alle anderen Gewichte, also das hier, genauso wie flach aufhebbar und Griff auf stabil. Also immer nur zwischen der Schicht und der Schicht, die sind verbunden. Und zwischen der Hiddenschicht und der Output-Schicht, die sind auch verbunden. Und hier kann natürlich noch viel, viel mehr stehen, aber ich initialisiere alle anderen Gewichte mit ungefähr 0. Und die, die hier schon stehen, also stabil auf flacher Boden, also flach auf stabil, kriegt ein hohes Gewicht. Also diese Kante kriegt ein relativ hohes Gewicht. Leicht auf stabil kriegt ein kleines Gewicht. Griff auf stabil kriegt ein kleines und leicht und Griff aufhebbar kriegt ein hohes Gewicht. Aber flach aufhebbar kriegt ein kleines Gewicht. So, und dann habe ich noch ein paar Trainingsbeispiele. Füttert die in mein neuronales Netz und trainiert es ganz normal, wie wir es noch lernen werden, beziehungsweise wie ihr es schon kennt, je nachdem, wann ihr dieses Video guckt. Und was wir rausbekommen, ist ein ziemlich gutes neuronales Netz, dass hier diese Bereichstheorie, wenn sie korrekt war, ist alles gut. Aber wenn sie nicht korrekt war, dann hat unser neuronales Netz noch die letzte Verbindung gelernt. Und die ist dann zum Beispiel besser geworden, und wenn jetzt der Griff mit stabil noch irgendwie zusammenhängt oder sowas, dann trainiert uns das Gewicht, diese Verbindung hier, das Gewicht von dieser Verbindung auch noch richtig. Das ist das Tolle. Ich weiß, das war jetzt vielleicht ein schlechter Einschub von der Zeit her, aber ich gehe einfach mal davon aus, dass ihr die anderen Videos und die Videos zu neuronalen Netzen auch noch sehen werdet. Und deswegen vielleicht nicht schlecht, wenn man nicht weiß, wie man die Gewichte wählen soll. Gut, das war der K-Ban-Algorithmus. Ich hoffe, es hat euch mal wieder gefallen und wir hören uns beim nächsten Mal. Bis dann. Ciao.